Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 20.03.2023 und unser DAX hat hier am Freitag schöne Bärenparty gefeiert mit feinen Kekse und Bärenmarken Kakao und ich hoffe, ihr wart eingeladen, habt euch zumindest mit für öffnen können. Wir hatten uns den DAX angeguckt und hatten geschaut und eben diese DAX-Dusseligkeit auch insbesondere betont. Da sind ein bisschen mal durch die letzten Tage, Monate, Jahre durchgeguckt und haben immer wieder geguckt, weil eben diese Situation stand Donnerstagsschluss, hier stand grüne Kerze, so aussah wie Tag er zieht hier bis nach oben durch, aber dass es eben halt DAX ist und nicht umsonst die Leute alle dastehen und sagen, der ist manipuliert und der handelt wie ein Beklopptor und den kann man nicht handeln. Dann haben wir uns halt hingestellt und haben gesagt, ja, das ist halt so, damit müssen wir uns abfinden, aber können wir das Beste draus machen und wenn wir so kalkulieren von vornherein und den einfach so nehmen, wie er ist, dass man damit eben auch gut was anfangen kann und haben halt konkret gesagt, in dem Bereich, wenn der hier ein bisschen positiver rein startet in die 5.65 und der dreht sich dann nach unten, dass er dann durchaus wieder bis 800 bis 7.80 zurück kann und dass man vielleicht bis 9.30 einfach abwartet. Also ich habe konkret gesagt, dass er bis 9.30 abwarten würde und dann, wenn er einfach dann nach oben dreht und drüber steigt, dann würde ich Long suchen und wenn er nach unten geht und drunter fällt, dann Short suchen. Und ja, 9.30 kamen nur noch tiefs, tiefere tiefs, tiefere hoch, tiefere tiefs, tiefere hoch, da kam nichts mehr, was irgendwie für Long zu rechtfertigen wäre. Und so hat man es hier auch gesagt, dass man dann eben, wenn er abdreht, dann nicht die ganze Zeit versucht, drinnen rum Long zu fummeln, sondern eben Runde zu mit Short geht, bis in die 8.87 erstmal für den Freitag rein, weil er bestimmt mehr noch nicht schafft und dann Montag vielleicht sogar die 6.85 anpeilt. Und jetzt können wir hier, wie wir vom Donnerstag auch gesagt haben, dass er im Bereich 5.50 jetzt wieder runter kann, dann können wir das jetzt hier auch so aufgreifen und gleich wieder fortführen und für den Montag eigentlich attestieren, dass er jetzt hier noch einen Schwab runter kann, weil wir haben zum Freitag jetzt genau das bekommen, was wir im Video gesagt haben, tieferes hoch, tieferes hoch, tieferes hoch, tieferes tief, tieferes tief, tieferes tief, und hier fehlt noch was. Tieferes hoch, tieferes tief, tieferes hoch, tieferes tief, tieferes tief, tieferes hoch, tieferes tief, fehlt noch. Ja, und das wäre jetzt für den Montag tatsächlich ein bisschen mein Tagesprogramm. Sollte das nämlich jetzt kein tieferes Tief werden, dann könnt ihr veranfangen, eine Stabilisierung, eine Bodenbildung zu bauen. Das würde auch auf diese Tageskerzenformation passen, was wir gestern im letzten Video betont haben mit diesem rote-grüne Kerze, rote-grüne Kerze, rote-grüne Kerze, rote-grüne Kerze, dass das eher typisch für Korrekturbewegung ist und gar nicht für Trennstrebung. Aber man soll das eben einfach ein bisschen einklammern, dieses Lehrbuchwissen, was man hat, einfach ein bisschen in Klammern setzen und den Dachs halt in seiner Art und Weise, wie er ist, drüberlegen. Und er ist halt mal heute, ja, gestern hatte geheult, da haben sich die Bären in die Augen zu krallen und zack, danach gleich wieder Party gefeiert. Das ist halt einfach Dachs. Ja, und deswegen würde ich mich da nie drüber stellen und sagen, der muss jetzt zu 100 Prozent das eine oder andere dann einfach versuchen, Tag für Tag mir meine Punkte rauszukrallen. Und das funktioniert wesentlich besser, als hier irgendwelche Tote in Überzeugung zu sterben und dann hunderte Punkte monatelang irgendwelche Positionen im Minus auszusetzen, weil irgendwas kommen muss, dass da verdienst du kein Geld. Aber das wisst ihr auch. Deswegen seid ihr auch wahrscheinlich hier und nicht woanders, weil wir eben genau das seit Tagen, Monaten, Jahren, immer wieder, das ist einfach unsere Art und Weise, mit dem Missvieh so umzugehen und deswegen liegt er uns auch ganz gut. In diesem Sinne, machen wir mal weiter. Also, Montag, für mich, die 585 bis 600 war halt eine super interessante Zone, aber sie liegt sehr nah. Sie liegt wirklich nahe, als dass sie jetzt eine richtig schöne Reaktion bringen kann, wenn er direkt anstürmt. Sollte der Dachs ein bisschen stärker reinstehen, ähnlich wie der Freitag das gemacht hat. Freitag hat das fast leer, also nach Kavumchen der Buch, das steht in keinem anderen Trading-Buch, steht sowas drin, aber nach Kavumchen der Art, nach meinen Regelmäßigkeiten, nach meinen Gesetzen, ist das perfekt, so wäre das für einen Montag auch perfekt. Wenn er das genau so macht, dieses Hochdrücken am Morgen, um sich dann fallen zu lassen, das macht er nämlich gerne. Das heißt, sehen wir unseren Dachs ein bisschen positiver im Start, vielleicht im Bereich 880, 920 wieder. Die ist so eine Zone, die die letzten Tage sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne an- und durchlaufen wurde. Und läuft er die aber bloß an, also Montagmorgen rein in die 880, 920 und der haut sich dann nach unten um und macht das, was wir hier am Freitag erklärt haben. Nach 930 dann weitere Tagestief nachlegen. Dann würde ich denken, dass wir in die 585 reinsteigen oder reinfallen vielmehr, nicht steigen, sondern reinfallen, von 920, 880 aus, rein in die 585 und dann kann er die auch richtig schön nach oben zucken. Wenn er das direkt macht und er kommt hier mit Abwärtsgeprallen oder so und er zieht sich hier nach unten durch, dann kann ich mir sehr gut eher vorstellen, dass er unten einfach durchfällt. Also, dass er wirklich durchfällt, durch die 600 fällt, durch die 585 fällt und einfach auf die nächsten Ziele fällt, die dann bei 500 eher 445 bis dann sogar schon 370 sind. Und rein von der Bewegungsamplitude her würde er, wenn er jetzt wirklich direkt aus der Bewegung rausfällt, diese Spanne nach unten projiziert, schon eher in einem Bereich um 445, 400 landen hier. Das wäre direkt erreichbar am Montag. Wenn er nach unten durchspringt, wenn er sogar einen Abwärtsgep einleitet, beispielsweise unter 700 und er closed das nicht, er lässt das Abwärtsgep offen und zieht direkt nach unten durch, würde ich schon eher damit rechnen, dass wir in die 370 reinlaufen. Und denkt dran mal, 14200 ist noch das offene Gap. Das wäre dann so ein bisschen Wochenziel. Das macht er Montag nicht, aber das wäre dann vielleicht für einen Dienstag interessant oder für einen Mittwoch. Also es sind auf der Ebene, wenn wir hier Tagesschart gucken, sind nach unten raus, ist schon noch genug Platz, um da irgendwie ein bisschen zu spielen halt. Also deutlich genug Platz. Selbst wenn wir hier sowas noch mit ranziehen, auch eine 200-Tag-Linie uns angucken, wo die momentan notiert. Das ist schon Platz. Das heißt, bleibt er dabei, bleibt er dabei, hier tiefere Tiefs und tiefere Hochs zu bilden, sollte man immer wieder nach unten einfach versuchen, seine Punkte mitzunehmen. In dem Moment, wo er sich runterdreht, ihr habt das jetzt auch gesehen, es bringt gar nicht so viel, einfach drinnen zu sitzen und immer zu halten, sondern man kann auch stellenweise ruhig mal einen Teilverkauf mitnehmen, wieder Rückläufer nutzen, um einzusteigen. Dann hat man einfach ein bisschen Geld gemacht, hat vielleicht auch eine Strecke, dann dreimal gehandelt, statt sie gar nicht zu handeln oder statt nur einmal zu handeln und dann dreht der Markt ohne sein eigenes Ziel oder also ohne das für uns gesetzte Ziel zu erreichen, springt oben raus und dann hat man gar nichts von. Deswegen ist man ganz gut, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen einen Teilverkauf macht, wenn er einen schönen Satz nach unten gesetzt hat, wichtiges Niveau erreicht hat, dann wartet man einen schönen Rücklauf ab und holt sich dort die Position dann einfach günstiger wieder zurück und ist dann auch nicht ganz so traurig, wenn er dann doch umdreht. Und das ist für uns sehr wichtig als Trader, dass wir, wenn er dreht, dann auch einfach umschalten können und dann sagen, na gut, dann handel ich jetzt halt long. Wollte ich nicht, aber dann handel ich jetzt halt long. In dem Moment, wo wir aber in der Position drinnen sitzen, keine Ahnung, hier und hier sind schon dreimal wieder ins Minus gelaufen und wieder nach vorne und wir wollen aber unbedingt unsere 14.200 damit haben und er dreht dann oben raus, dann kriegen die meisten das einfach nicht hin, dass sie dann sagen, nee Gott, dann nehme ich die Position raus und gehe jetzt long. Und dann sind sie zu unflexibel und das kann man sich nicht erlauben. In DAX und auch in keinem anderen Markt, dass man zu stur dranbleibt und haben will, was man unbedingt haben will. Das klappt zu selten dann, ja. Von daher, ruhig immer die kleinen, ihr seht ja immer, dass es reagiert und dass es genutzt wird vom Markt, die technischen Widerstände. Nutzt es einfach für euch, von daher hoffe ich, ihr könnt euch hier was rausnehmen. Das heißt, das wäre mein unteres, mein negativstes Szenario, mein positives Szenario, würde bedeuten, dass unser DAX über die 8.80, 9.29 hinaussteigt, auch nach 9.30 Uhr neue Tageshoch generiert und dann müssen wir damit rechnen, dass er uns über das Hoch vom Freitag drüberläuft, auch schon am Montag drüberläuft und in die 2.40 bis, ich sag mal, 3.100 reingeht, ja. 2.40 bis 3.100 wäre dann Zielbereich für den Montag, wenn er uns über 8.80, über 9.20 rausläuft und nach 9.30 Uhr noch neue Tageshochs bringt, das wäre das Positiv-Szenario. Ist jetzt nicht weniger wahrscheinlich wie das Abwärtsszenario, auch wenn es jetzt weniger Worte kostet, ich glaube bloß, dass unten raus mehr Leute Geld verdienen, deswegen erzählen wir da immer ein bisschen länger drüber oder ich im konkreten Fall erzähle da ein bisschen länger drüber und ausführlicher, um einfach vorzubereiten, was kann passieren, wie kann sich der DAX bewegen, aber kann sich natürlich auch oben raus bewegen. Das Long-Szenario bedienen, das hat deswegen nicht minderwertige Wahrscheinlichkeit, Es ist wichtig, wo triggert der DAX das an und auch wenn wir da bloß ein paar Minuten drüber verlieren, ist das genauso legitim wie alle anderen und man sollte es dann auch betrachten und dann eben auch umspringen. Auch wenn in der Analyse jetzt vielleicht 8 Minuten nach unten gesprochen wurde und nur 2 nach oben, hat das nichts darüber zu bedeuten, ob ich den DAX eher fallen oder steigen sehe. Das ist ganz wichtig. Mir ist wichtig, wie kommt der Früh rein und das warte ich immer ab, solltet ihr demzufolge auch machen, um eben diese Analyse so zu verarbeiten, wie man sie verarbeiten sollte. Also, ich wünsche euch Spaß, guten Wochenstart, viel Erfolg, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.